Jetzt ist Sören Döffinger auch ganz offiziell im Amt. Die Halle in Mulfingen war bei seiner Amtseinführung komplett gefüllt. Die Bürger in der 3700-Einwohner-Gemeinde im Hohenlohe-Kreis haben mit der Wahl ihres neuen Rathauschefs einen Superlativ geschaffen. Sören Döffinger, geboren am 5. Dezember 1998, ist deutschlandweit der jüngste hauptamtliche Bürgermeister. Das kann man schon sagen, dass ich da stolz drauf bin, dass ich das geschafft habe, zusammen hier mit den Mulfingern. Auch die Mulfinger können, finde ich, da stolz drauf sein, sich so zu positionieren nach außen hin für Innovation, für frische Ideen. Aber ich sage immer, es ist der gleiche Job, ob ich den Titel habe oder nicht. Und Alter ist keine Qualifikation. Es wird aber wahrscheinlich nicht lang dauern, bis jemand noch jüngeres Bürgermeister wird. Seit Ende März ist der 25-Jährige bereits im Amt. In seinem Übergangsweise und bisher eher notdürftig eingerichteten Büro arbeitet er sich bereits an zahlreichen Themen ab, die er von seinem Vorgänger übernommen hat. Die Einarbeitungszeit als Bürgermeister ist kurz. Vom ersten Tag an war er gefordert. Es war unglaublich aufregend. Ich meine, ich bin schon ehrlich, wenn man am ersten Tag herfährt, dann denkt man sich schon so, okay, was passiert so, was passt so. Man hat so was im Kopf. Ich war am Anfang gleich als Einstand, alle eingeladen zum Mittagessen hier aus dem Rathaus. Und er hat gesagt, wir machen gleich mal eine Amtsleiterrunde am ersten Tag. Aber alles andere kommt von ganz allein. Und das kommt wirklich von ganz alleine. Also man ist da und dann fallen eigentlich die Themen schon auf einen ein. Aber das ist auch irgendwie das, was Spaß macht, weil ja immer ein bisschen was anderes ist. Man hat immer ein bisschen ein anderes Genre. Und das ist das Schöne, ja. Er löste Robert Böhnl ab, der 16 Jahre lang das Mulfinger Rathaus geleitet hat. Sein eigentliches Büro wird er erst in einigen Tagen nutzen können. Es wird nicht komplett neu gestaltet, aber zumindest mal restauriert. Ich will das Büro ein wenig anders nutzen, viel offener gestalten, auch für den Bürger offener gestalten. Und auch Richtung Standesamt, da gibt es so ein bisschen eine Hitzeproblematik bei uns im Sommer, dass in Zukunft man dann auch in meinem Büro heiraten könnte, weil es ja klimatisch dann besser ist. Habe ich gesagt, komm, seit 20 Jahren ist da nichts gemacht. Jetzt machen wir das mal wieder schön, renoviere das ein wenig. Die Möbel, die behalte ich, weil das muss auch immer alles zur Finanzlage passen. Aber alles drumherum, Farbe an die Wand und eine Tapete und der Boden kriegt auch mal ein bisschen Liebe ab, der Parkettboden und dann kann es richtig losgehen. Ich denke mal so zwei, drei Wochen und dann sind die Handwerker durch. Sören Döffinger ist in seinen ersten Tagen viel unterwegs. Er sucht das Gespräch mit den Ortsvorstehern, mit Unternehmern und Bürgern. Neben vielen kleinen gibt es auch gleich einige größere Projekte zu bearbeiten. Beispielsweise bekommt Simbrechtshausen eine neue Ortsdurchfahrt. Rund um den Wertplatz soll langfristig ein neues Quartier entstehen. Das sind große Projekte, die natürlich auch mein Rathaus auf Trab halten, weil man glaubt gar nicht, was da alles so dazukommt. Wenn man sagt, dann baue ich da ein neues Quartier, ein neues Gewerbegebiet oder sonst was. Dann gibt es noch eine kleine Umweltauflage, man braucht eine neue Untersuchung. Die kann man erst im März beginnen, geht ein Jahr rum, bis man die auswertet. Manchmal hätte ich es dann doch gerne schneller, aber geht halt nicht. Starke 85,3 Prozent hatte Sören Döffinger bei der Bürgermeisterwahl Ende Januar bekommen. Ein überragender Vertrauensvorschuss der Mulfinger Bürgerschaft für den 25-Jährigen. Vertrauen, dass der neue Schultes mit Fleiß, Ehrlichkeit und Offenheit in den kommenden Monaten und Jahren zurückzahlen will.